Ich würde gerne fragen, ob es nur ein einzigartig war, oder ob Sie ihn benutzen können, oder ob Sie ihn mit der Kooperation mit der Injektion, der Endotherapie, der Biotherape, oder andere Fragen, oder nur einzigartig? Ich muss nicht fragen, ob diese Studien, die ich präsentiere. Ich habe nur die Studien, um zu präsentieren, oder ob Sie die Studien, um diese Studien zu verantworten. Ich habe nur drei Monate lang, und wir nutzen für unsere Patienten wirklich eine viskosupplementation, wir sieben für Endoprosthesis, aber wir haben einige Patienten, die zu alt sind, sie können nicht nutzen, sie können nicht benutzen, sie können nicht gut auszudrücken, sie können nicht gut auszudrücken, sie können nicht gut auszudrücken, und es ist eine sinnvolle Gruppe für diese Studienzeiten, und in Komplexe und Comprehensive Rehabilitation. Okay, last question. Thank you. And for your example, war es nur eine Method, oder auch andere Treatment? Wenn du eine so große und gute Effekte hast. War es nur diese Methoden? Oder war es nur diese Methoden? Diese zwei Studien wurden auszudrücken... Nein, ich meine eigene Spine. Du hast versucht, zu selbst, war es nur eine Methoden, weil du eine sehr gute Effekte hast. Es war nur eine Methoden, oder du hast die Drogen oder andere Methoden? Für dich? Für diese alten... Für mich persönlich? Ja. Ich habe nicht benutzt, ich habe keine Drogen. Also, diese Methoden nicht funktioniert. Danke. Okay, ich denke, all we know, all we know, dass die Drogen ist ein bisschen subjektivches Criterium, aber du mir gezeigt hast, dass es ein Prospettiv-Randamized Studium Und das ist überzeugend. So, wir müssen schauen, wie es funktioniert im Zukunft. Und ich möchte Ihnen wieder einmal bedanken für diesen interessanten Papier. Ja, vielen Dank. 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 Okay, so, wir kommen zum letzten Mal.